Moin Moin, hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, ich möchte eine kleine Dankesrede machen, nämlich einmal an die CONSEC und auch natürlich an die OWL. CONSEC, das ist die Absicherungsschema, die heute abgesichert hat. Viele sind mitgefahren, ihr seht's, aus Harts Logistik, dann natürlich wir als OWL. Ja, es war schon richtig schön. So, spring ich noch einmal rein. Schauen wir noch mal. Wie gesagt, einmal das Konvoi-Ende. Und alle, die mitgefahren sind, ein großes Dankeschön. Es stehen auch noch mal ein paar. Dankeschön an alle, die dabei waren. Natürlich auch an Paco. Dankeschön. So, jetzt haben wir hier die CONSEC. Alle aufgereiht. Dankeschön an euch. Mega geile Sache heute gewesen. FoxLock. Auch euch Dankeschön. Thermo. Auch Dankeschön. Auch an den Ausbilder Fast TV. Dankeschön. Und an alle, die mitgefahren sind. Also nochmal richtig. Dankeschön. Also. Danke, danke, danke. 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 Wir sehen uns beim nächsten Konvoi. Eure OWL.